Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Glücksblog aus dem Posthotel Aachenkirch. Wir sind heute hier in der Nähe von der Zörer Alm und hier sind die Unnutze. Heute ist unser Thema Zeit und ich lade Sie ein mit mir hier zu sein im Hier und Jetzt und den Sonnenuntergang mit mir zu genießen. Zeit ist etwas Relatives und Zeit können wir für uns ganz persönlich mehr oder weniger haben und trotzdem ist es für die meisten von uns so, dass wir zu wenig Zeit haben. Wenn wir wundervolle Momente genießen, in der Natur sind, meditieren oder einfach nur Fuß an Fuß setzen im Gehen, einfach immer dann, wenn wir ganz in unserem Sein sind, dann scheint die Zeit anzuhalten. Dann haben wir das Gefühl, wir sind ganz im Hier und Jetzt. Wann sind Sie ganz im Hier und Jetzt? Wann haben Sie das Gefühl, jetzt ist mein Kopf ausgeschaltet, jetzt bin ich ganz in meinem Körper, in meinen Wurzeln und jetzt genieße ich einfach im Sein. Ich werde oft gefragt, ob Meditation wichtig ist und meine Antwort ist immer die gleiche. Tu das, bei dem du dich ganz in dir fühlst, bei dem du spürst, jetzt kann ich ganz im Hier und Jetzt sein. Und ob das dann beim Gehen ist, beim Sitzen oder beim Bilder anschauen, ist völlig egal. Hauptsache, Sie haben das Gefühl, ich bin da, im Hier und im Jetzt, angekommen, bei mir, da. Hallo ihr Lieben, wie Sie sehen, ist die Sonne jetzt so gut wie weg und ich hoffe, Sie haben unsere kleine Reise hier in den Bergen genossen und freue mich auf Sie bald wieder hier im Glücksblock oder noch besser im Posthotel Aachenkirch, dort wo die Reise beginnt. Bis bald, Ihre Michaela Graham.